richtig anstrengend ist ja noch diesen verkehr da ist er auto king das ziel befindet sich auf der rechten seite was das was das denn was sind das für dumme schranken hier was soll denn diese scheiße regt mich das gleiche wieder auf da sind schranken davor was sind das für dumme schranken dann bekommt beim einkauf ein beleg für die ausfahrt ja wie kommst du da rein das ist nur gegen wildparker ja okay wir versuchen irgendwie durch die schranke reinzufahren das regt mich wieder auf sowas ja ja warte doch muss ich erst mal irgendwie wenden und wieder binden hat sich oder mein leben ich bin auch gleich karl aus alles für den stress aus einfach mal so ein bürger holen nein was ist das denn das ist ja gar kein kreisverkehr ich will nicht mehr was ist das denn für ein schrott auto 901 102 haut 1.000 bits raus jetzt weiß ich allerdings nicht mehr so richtig wo ich hier bin alles sehr verwirrend hier geht von alleine auf kriege ich ein ticket nicht und jetzt muss ich das dem auch noch spanisch erklären was ich haben will hier hätte ich davon irgendwo bestellen müssen da kommt keiner milka will drei menüs was das nicht ernst das kannst du dir einfach wirklich nicht ausdenken halt hier wenn ich ein männchen auch wenn ich auto king dran stehen habe da muss dann ja auch vielleicht mal jemand da sein ah hola sorry ohne englisch die oder ist der ist es ist okay okay vor oder ist da angeblich noch was anderes ich habe überhaupt nicht gesehen wo soll denn hier die oder sein was ist denn das das ist die oder diese bummsäule ist die oder ich muss los das heißt ein pommes auf englisch freis ne hola ähm äh five plant-based wopper please äh can you speak english please no entiendo no english no oh je äh wopper 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 vegetal mm no entiendo n i sorry i only speak english for dentro english for dentro , ach weißt du was leg mich doch am arsch ähm have a nice day wiesste ich fress so ne scheiss bämme jetzt hier mann ey wieso spricht denn keine sau in so verschissenen laden mein englisch Reicht mir jetzt hier schon wieder. Wer ist ein Bämme? Weck mich am Arsch, Alter. Nee. Schnauze voll dir. Ist doch schwer, mal ein bisschen Englisch zu können, oder was? Mir jetzt echt Bums. Wirklich. Aber wenn das hier Schweinefleischbörger rumliegen, die auch keiner frisst. Wenn man nicht mal plant-based Wopper kann als Wort. Wirklich. Das steht vorne an der Scheißtafel sogar. Nice. Ist mir jetzt auch einfach wirklich scheißegal. Wir fressen einfach Bämme. Hallo, mein Herzblatt. Ich stehe jetzt hier auf der anderen Seite von der Tankstelle bei Repsol. Und warte da, bis du gewendet hast. Und dann können wir gerne unsere Farbe wieder aufnehmen. Hätte ich gedacht, dass das hier so eine Raketenwissenschaft ist, einen beschissenen Burger zu bestellen.